Hallo da draußen, Kerge der Name und wir spielen, oder besser gesagt, driften weiter Forza Motorsport 6. Ja, driften bedeutet, wir machen das, was wir in, ich glaube, Folge 25 schon mal gemacht haben. Ich geh jetzt mal hier in meine Autos, denn ich hab mir als erstes Auto schon mal was ausgesucht und sogar schon gekauft, ja. Heute bin ich mal ein klitzekleines bisschen vorbereitet. Und abgesehen davon, dass ich das Auto immer noch raussuchen muss. Hier, Lady Silvia werden wir heute fahren. Nissan Silvia S15 hat ein, ich glaube, 2 Liter Turbo, auf jeden Fall ein rein 4-Zillinder-Turbomotor, Heckantrieb. Und ist das Auto, das die meiste Zeit auf dem Bildschirm bekommt, in Keiichi Tsuchias Driftbible. Falls sich die jemand ansehen will, die gibt's auf YouTube. So, ähm, heute werde ich mal keine Testfahrt machen, sondern das Ganze, ähm, als freies Rennen machen. Auf die Weise kann ich nämlich hinterher die Aufzeichnung einarbeiten. Worauf ich auch wirklich Bock hab, das hab ich nämlich, ähm, vor einer Weile schon mal machen wollen. Da hatte ich aber immer vergessen, die, äh, die Aufzeichnungen hinterher zu speichern. Das darf mir hier heute auf gar keinen Fall passieren, sonst haben wir echt ein Problem. Okay. So, Rennen starten, Driver-Tage sind aus. Und wir fahren, jetzt hab ich gar nicht drauf geachtet, ich glaub, 4 Runden, gell? Also mit 4 Runden sollten wir auf jeden Fall schon mal was hinkriegen. Schwierigkeitseinstellungen sind wie gewohnt alles aus, ähm, Lenkung, Simulation, Schaltung, manuell mit Kupplung. Über Schaltung, manuell mit Kupplung muss ich auch nochmal was, äh, ganz Wichtiges sagen. Aber ich denke mal, das mach ich in nem, in nem gesonderten Video. Da mach ich irgendwann mal ein, ja, ich weiß auch nicht, ein Tipps-und-Tricks-Video, irgendwie sowas. So. Klingt sie nicht schön. So, Innenansicht bitte. Okay, wir können bis 8000 drehen, da riegelst sie ab. Dann mal los. So, wenn das jetzt alles so ein bisschen so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, dann werdet ihr jetzt das Cockpit unten links am Bildschirmrand sehen. Unten rechts, wie, oh, da rutscht ich ein bisschen weit raus, na, geht noch, geht noch. Aber ja, oh, oh, wie das Auto kommt, haha. Okay, das ist geil. Ja, die Silvia war schon immer ein gutes Driftauto, wirklich. S13 kommt ein bisschen untersteuerig daher, aber hier S15. Ist echt super. Ja, guckt euch das an, herrlich. Jedenfalls unten rechts zu sehen, ähm, das, was man normalerweise unten rechts sieht, ähm, Drehzahlmesser, Gang, Geschwindigkeit und vor allem diese zwei Balken, der rote und der blaue, die, ähm, Gas und Bremse anzeigen. Kann man sich so ein bisschen ansehen, wie ich hier fahre. Also, warum mir ein Drift gelingt oder warum mir ein Drift nicht gelingt, könnt ihr da meistens sehr schön ablesen. Muss ich mal kurz räuspern, Sekunde. So, Entschuldigung, das kommt schon mal vor. Ähm, ja, und in der Mitte des Bildschirms sollte jetzt bereits die Aufzeichnung über den Bildschirm flimmern, die ich zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht sehe. Okay, wir fahren vier Runden, tatsächlich. Ah, schöner Bremsdrift, ach, herrlich. Also, wenn ihr ein gutes Anfängerauto sucht, ganz heißer Tipp, Nissan Silvia S15. Na, na, okay. Er hätte vielleicht ein bisschen früher in den zweiten gehen müssen, für mehr Stabilität. So. Generell könnte das Auto fast noch ein bisschen mehr Sperre an der Hinterachse vertragen. Aber das ist Geschmackssache. Man kann auf jeden Fall mit dem Auto auch so umgehen, wie es nun mal ist. Warte mal, hier noch mal ein bisschen, jo, noch mal ein bisschen angeschleudert. Und hier kommen wir jetzt ziemlich weit. Oh, das ging sogar noch, das ging sogar noch. Also im dritten haben wir nicht wirklich das Moment, das ich mir wünschen würde, da fehlt einfach noch ein bisschen was. Aber es ist auf jeden Fall ein wirklich tolles Driftauto hier. Ich lenke einfach einen Wartmoment und sobald das Heck kommt, trete ich aufs Gaslenk gegen. Herrlich. So macht das Spaß. Man braucht nicht unbedingt 500-600 PS umzudriften. Das hier langt, völlig. Natürlich, mit 500-600 PS könnt ihr den Drift deutlich länger ziehen. Ist schon klar. Aber es ist nicht zwingend erforderlich, um generell ein Auto quer zu hauen. Na komm, hier. Klatschkick. Ja. Ja, komm, noch mal. Okay, das war jetzt nicht so atemberaubend. Also an der Stelle wäre ein 500-600 PS Auto definitiv besser weggekommen. Das gebe ich zu. So, hier nochmal ein bisschen. Und leicht gegenschleudern. Inertia Drift mitnehmen. Ja. Nein, das geht zu weit. Das geht zu weit. Also das kann ich so jetzt nicht hinnehmen. Das geht echt zu weit heute. So, mal schauen. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich würde sagen, für die nächsten beiden Fahrzeuge... Ich habe mir wieder drei Fahrzeuge vorgenommen. Für die nächsten beiden nehmen wir auf jeden Fall zwei andere Strecken. Dass wir nicht immer das gleiche sehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, welche. Ich glaube, ich hätte Bock auf den Nürburgring. Ich weiß auch nicht. Nürburgring ist... Bisher von einer schönen Strecke zum Fahren, wie auch zum Driften. Nein, nicht die Nordschleife. Obwohl. Also ohne Witz, auch die Nordschleife kann man einigermaßen. Muss man halt vorsichtig sein und seine Winkel gering halten. Aber prinzipiell geht's. Können wir auch irgendwann mal machen. Aber dieses Mal würde ich doch ganz gerne den GP-Kurs erstmal nehmen. Ah, guckt euch das an. Guckt euch das an. Ist das geil oder ist das geil? Und ich meine jetzt nicht meine Awesome Driver Skills, die ich nicht habe. Sondern ich meine einfach, wie das Auto abgeht. Das ist einfach eine Driftmaschine. Und so sehr ich den GT86 auch mag. Aber hier kann er nicht mithalten. Also so leid es mir tut. Ach, herrlich. So wünsche ich mir das doch. Jetzt haben wir hier ein schöner Bremsdrift. Bremsdrift, ja. Bremsdrift für alle, die es nicht wissen und für alle, die es interessiert, bedeutet lediglich, dass ich durch Betätigen der Bremse etwas Gewicht von der Hinterachse nehme und auf die Vorderräder verlagere. So dass das Heck etwas, naja, im wahrsten Sinne leichter wird. Und ich auf diese Weise hoffentlich einen Drift hinbekomme. So wie jetzt gerade zum Beispiel nicht. Aber hier. Gut, hier war auch ein seitlicher Verlagerungsdrift mit drin, gebe ich zu. Aber man muss halt die Optionen nehmen, die man bekommt. Ich habe übrigens in dieser ganzen Fahrt hier noch kein einziges Mal die Handbremse benutzt. Fällt mir gerade auf. Könnten wir auch mal machen. So, hier ein bisschen anbremsen. Komm, so, ja, da kommt er schon. Das war gerade ein leichter Shift-Lock. Komm, zweite. Ich muss echt ein bisschen früher zurückschalten. So ganz niedrige Drehzahlen mag unsere Sylvia dann doch nicht. Oh, okay. Okay, Entschuldigung. Das war jetzt nicht so schön. So, paar Kurven haben wir da vorne noch. Wo nutzen wir mal die Handbremse? Irgendwo. Ich möchte die auf jeden Fall einmal nutzen heute. Hier, komm. Handbremse. Dann hier Inertia. Na, komm. Ja, okay. Ja, das war jetzt nicht sehr elegant. Aber ihr habt gesehen, mit ein bisschen Klatschkick kann man es retten. Einer der Gründe übrigens, weshalb ich sehr gerne manuell mit Kupplung fahre, die Kupplung eröffnet einfach zusätzliche Möglichkeiten, die bei nur manuell schlichtweg fehlen und auch nicht ersetzt werden. Beziehungsweise jein. In Forza 3 bin ich oft in die Kurven reingegangen, hab einen Moment die Handbremse gezogen, währenddessen Vollgas gegeben, weil er dabei automatisch ausgekuppelt wurde. Und beim Loslassen der Handbremse wurde automatisch eingekuppelt, sodass ich dann so eine Art Klatschkick noch mitnehmen konnte. Aber ist natürlich auch nix Halbes und nix Ganzes, ist ja klar. So, 1,35 für eine Driftrunde gar nicht mal verkehrt, denke ich mal. Und wir bekommen auch noch ein paar Credits und ein paar EP. Ja, das ist natürlich der einzige Grund, warum ich hier drauf gezielt hab, dass wir nicht in der Testfahrt unterwegs sind. Ne, der tatsächliche Grund ist das hier. So. Speichern. Ähm, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Okay, das geht noch. Wir können ja nur 10 Aufzeichnungen speichern, was echt schlecht ist. Aber gut, Turn 10 will es halt so. Und wir müssen uns beugen, so schade es auch sein mag. Ich mein, gut, man kann's auch übertreiben. In, ähm, Forza 4 zum Beispiel hatte ich üblicherweise... Ich weiß es gar nicht, es müssen mehrere hundert Aufzeichnungen gewesen sein, weil ich teilweise jeden einzelnen Lauf gespeichert hab. Egal, ob ich ihn hinterher brauchte oder nicht. In 2, 3 hab ich hinterher reingesehen, der Rest war absolut unnötig. Aber auf der anderen Seite... 10 sind einfach zu wenig. Wenn's wenigstens 100 wäre, ne Begrenzung auf 100. Damit wär ich... Damit wär ich vollkommen zufrieden. Aber 10 sind ein schlechter Witz, so leid's mir tut. So, gut. Wir sind mit der Sylvia fertig. Ich hoffe, ihr hattet schon mal ein bisschen Spaß dabei. Und jetzt... Suchen wir uns ein Auto raus, das sich tatsächlich... Und da freu ich mich sehr drüber... In den Kommentaren gewünscht wurde. Und zwar ist das eine... Babadababa... Ja, eine... Wir fahren wieder eine Lady. Wieder ein Auto, das weiblich angesprochen wird. So ein paar Autos gibt es einfach. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ähm, die Supra ist sowas. Impala. Gut, Impala hab ich auch schon der Impala gehört. Aber für mich ist es irgendwie die Impala, ich weiß auch nicht, die Corvette. Und zu guter Letzt dann auch noch... Da-da-da-da-da... Die Chevelle. Ist ein geiles Auto, kann man nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, was da für Motor drin sitzt, aber irgendwas V8-mäßiges wird's schon sein. Wir haben 680 Newtonmeter. Wir haben 680 Newtonmeter. Okay, was ist denn die Leistung? Warte mal kurz. Ähm... Mal 1,3 war das, ne? Also ein Drittel davon sind 110 PS. Dann sind wir hier mit 400... Etwa 450 Pferden dabei. 450 Pferde. Das ist Wahnsinn. Okay, ähm... Also ein Farbwunsch war nicht dabei. Da werde ich jetzt einfach mal gucken, was wir kriegen. Empfohlene Designs. Joa, das ist schon mal... Sehr, sehr amerikanisch patriotisch, sag ich mal. Okay. Nice. Mhm, mhm. Also was kann man schon auch machen. Ich bin jetzt nicht wirklich ein Fan von Matt, aber das... Geht eigentlich. Okay. Ja, alles nicht wirklich verkehrt, aber auch alles nicht so ganz das, was ich mir wünschen würde. Also guck ich mal, was die Herstellerfarben hergeben. Oh. Oh, Metallic. Metallic mit weißen Streifen, das ist schön. Warum darf ich hier jetzt zum Beispiel die Kamera nicht drehen? In Forza 5 ging das noch. Da musste ich einmal bestätigen. Konnte dann X drücken. Also einmal bestätigen. Dann X drücken für freies Umsehen. So ungefähr. Und dann habe ich zurückgedrückt und hatte immer noch die Kamera vom freien Umsehen. Das haben sie aber rausgenommen. Und auch hier frage ich mich wieder, warum Turn 10? Warum? Warum tut ihr uns das an? Warum lasst ihr uns das Auto nicht so ansehen, wie wir es wollen? Vor allem das ist ein schönes Auto. Da will ich mir die Winkel auch selber aussuchen. Aber auch hier wieder müssen wir uns beugen. Das hier hat auch was. Blau. Geht eigentlich auch immer bei einem Massel. K. Ich wäre fast versucht, sowas hier zu nehmen. Aber ich hatte so eine Chevelle schon mal in Forza 4. Das hatte ich auch geantwortet. Auf den Kommentar. Und die war blau. Und ich denke mal, genauso blau nehme ich die hier jetzt auch. So blau wie der Fahrer. Ne, das glücklicherweise nicht. Was hatten wir jetzt gesagt? 450 PS, ne? Das wird geil. Das ist ihr 1970er Chevrolet Chevelle Supersport 454. Wussten wir. Aber danke, dass du es nochmal betonst. Okay, ähm. Etwas kann ich ja schon mal sagen zu Muscle Cars generell. Die eignen sich normalerweise sehr gut zu, äh, zu Driftmaschinen. Einfach weil sie gigantische Motoren haben. Viel Moment von unten heraus. Und vor allem auch sehr schwere Motoren mit, äh, sehr schweren, bewegten Teilen. Die langsam hochdrehen, langsam runterdrehen. Relativ wenig Grip. Relativ weiches, hohes Fahrwerk. Die lassen euch viel Zeit zum Reagieren. Die sind eigentlich üblicherweise sehr, sehr angenehm zu driften. Ich glaube, angenehm ist der richtige Begriff. Hier, da wollte ich hin. Nur begringen. Und zwar hatte ich gesagt, würde ich gerne... Joa, sie schadet. Ne, ähm, wir fahren natürlich... Schön brav bei Sonnenschein. Ich huste nur mal kurz. Ich weiß gar nicht, was los ist, aber... Naja, irgendwas ist voll los. Sekunde. So, da bin ich wieder. Boah, ich werde doch nichts ausbrüten, oder wie sehe ich das? Also, das ist ja, also... Naja, ich drücke mir einfach mal die Daumen. Von euch erwarte ich das nicht, aber ich werde sie mir einfach mal selber drücken in diesem Zusammenhang. So, wir starten das Rennen. Mods brauchen wir hierfür nicht, denke ich mal. Außer vielleicht, ähm... Risikomod. Minus 20% Grip, irgendwie sowas. Sowas könnte man vielleicht noch machen, aber nein. Ja, Mann. Die Klappe auf der Haube, zum Ausatmen. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen verliebt in das Auto, jetzt schon. Geil. Okay, fahren wir. Drei Runden Nürburgring, da wird ja wohl irgendwas gehen. Wie hoch dreht die Hütte? Okay, bis etwa 7000. Damit kann ich leben, das ist schön. Okay, vorsichtig. Erstmal rantasten. Ich bin das Auto noch nicht gefahren in Forza 5 und Forza 6 nicht. Das letzte Mal, glaube ich, wirklich in Forza 4 und das liegt eine Weile zurück jetzt. Aber guckt... Guckt euch das an. Guckt euch das an. Gut, wir sind jetzt vielleicht nicht allzu schnell unterwegs. Mit 450 PS kann man schneller fahren, aber... Ich weiß nicht, ob man damit viel mehr Spaß haben kann. Ja, nice, nice. So will ich das sehen. Sehr lang übersetzte... Oh, gar nicht mal so lang übersetzte Gänge. Schick. Ja, das ist immer so eine Sache bei den Amis. Manche haben sehr, sehr, sehr lange Übersetzungen, wo man bei jedem Schaltvorgang in so ein tiefes, tiefes Loch reinfällt. Manche Autos haben einfach nur einen langen ersten Gang und danach dann zack, 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 einen nach dem anderen. Und das liebe ich. Und das hier ist so einer. Ja, herrlich. Ja, herrlich. Ich bin gerade echt ein bisschen verliebt in das Auto. Na, komm, komm, komm. Ja, ja. Ja, so ungefähr will ich das doch sehen. Okay, also an alle, die driften lernen wollen. Ich empfehle alte Muscle Cars. Ich meine, guckt euch das an, wie hier... Wie schön beherrscht und gemütlich, möchte ich schon fast sagen, das Heck mit lenkt. Oh Mann, die Kurve hier. Mit der Kurve habe ich sie. Hier fahre ich eigentlich immer zu schnell rein. Ich weiß auch nicht. Sogar schon in PGR 4 damals. Und das war mein... ...erstes Xbox 360 Spiel noch, bevor ich damals Forza... ...die Forza-Reihe entdeckt habe mit Forza 2. So, hier jetzt. Ja, ha. Gut, den hätte man länger ziehen können. Da war ich jetzt ein bisschen zu feige. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das kriegen wir auch noch hin. Da kommt er, da kommt er. Und... Ja, ja, ja. Ha, gefangen. Moment lang habe ich gedacht, ich drehe ihn jetzt ein. Aber doch noch gerettet. Boah, und das darf ich jetzt noch zwei Runden lang machen. Komm, ein bisschen Handbremse hier. Ja. Da kommt er. Ey, ist das geil. So, dann gucken wir mal, was der Hobel läuft. Uh, der schleppt ein bisschen Richtung 200 für 450 PS. Da könnte man vielleicht ein bisschen mehr erwarten eigentlich. Aber meine Güte. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir das hier können. Was wollen wir denn dann noch? Hm. Fällt mir eigentlich nicht mehr viel ein. So, also danke MC-Flegmatisch oder MEG-Flegmatisch oder wie auch immer ich das aussprechen soll. Das weiß ich jetzt leider nicht. Aber auf jeden Fall danke für den Vorschlag. Das ist... Ey, das macht gerade so Laune, ganz ehrlich. Ja, komm, 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 ja. Nicht ganz schön, aber gerettet. Also ihr merkt schon, wenn der Driftwinkel am Austritt ein bisschen zu groß ist und zu lange groß ist, dann ist das für mich schon ein relativ versauter Drift. Hat natürlich mit den richtigen Showdrifts nicht viel zu tun, aber mit denen habe ich selber auch relativ wenig am Hut, ehrlich gesagt. So, ja. Ey, geil, einfach nur geil. Was sagt denn der Verschleiß? Serienreifen verschleißen eigentlich nicht so schnell, aber wir können ja mal gucken. 1,8%. Ach komm, das ist ein Witz. Wenn uns nicht der Tank irgendwann leer gehen würde, könnten wir noch ewig so weitermachen. Ja, ja, ja. Okay, dann hätte ich gerne ein bisschen weiter nach außen gebracht noch. Aber wir haben ja noch eine Runde. Ich kann ja noch ein bisschen üben, ne? So, hier wieder ein bisschen Bremsdrift. Ach, das ist geil. Der kommt. Entschuldigt, dass ich den gerade so feiere, aber was soll ich denn machen? Ich bin auch in Forza schon viel zu lange kein richtiges Muscle Car mehr gefahren. Und überhaupt neigt man ja irgendwie dazu, ist zumindest so mein Gefühl, Autos immer gleich aufzubauen auf irgendeine bestimmte Klasse und alle möglichen einstellbaren Teile rein und dem Auto irgendwie ein Fahrverhalten aufzwingen, was mir als Spieler gerade passt. Und dabei vernachlässige ich es viel zu oft, die Autos einfach mal im Serienzustand zu fahren. Ich meine, ich fahre die einmal im Serienzustand, zwei, drei Runden auf Catalonia. Um zu gucken, wie ist das Auto aufgebaut und was sollte ich am besten einbauen, aber üblicherweise drifte ich dabei nicht. Sondern versuche mir anzugucken, okay, brauche ich ein Getriebe, brauche ich dieses, brauche ich jenes, wie viel Leistung, wie viel Reifen, solche Sachen. Und vergesse dabei teilweise, wie viel Spaß es eigentlich macht, einfach mal ein Serienauto zu fahren. Mann, das ist geil. Okay, eine Runde haben wir noch. Mal gucken, ob wir es jetzt nochmal richtig krachen lassen können. So. Wir haben sogar einen Rivalen geschlagen gerade. Dann versuche ich mal hier nicht rauszufliegen, dass wir nochmal eine saubere Runde hinbekommen. Okay, bisschen Handbremse, komm, komm, komm. Ja, ja, sehr schön, sehr schön. Ach, herrlich. Ich hoffe, das macht nachher in der Aufzeichnung auch ein bisschen was her, denn diese Minimaldrifts, die ich hier mache, die könnten in der Aufzeichnung vielleicht ein bisschen, naja, wirkungslos sein. Das steht durchaus zu befürchten. Also mal gucken, ob wir hier vielleicht noch ein bisschen, na komm, ein bisschen größere Winkel hinkriegen, so ungefähr. Komm, komm, noch ein bisschen, ja. Nice. Und die Klappe auf der Haube. Das Auto reagiert aber auch wirklich sehr, sehr langsam auf jede Angabe. Lässt wirklich viel Zeit zum Handeln, viel Zeit zum Korrigieren. Also ideal, einfach ideal. Kann ich nicht anders sagen. So. Ihr habt ja gerade vielleicht gemerkt, beim Anbremsen nach links gelenkt, dann die Bremse nochmal leicht geöffnet zum Lastwechsel. Das sind so die kleinen Kniffe, die ich gerne auch nochmal betonen möchte hierbei, die ich vielleicht auch euch so ein bisschen mitgeben kann in dem Zusammenhang. Ach, geil. Gut, hier habe ich jetzt, da hätte ich jetzt weiter ausholen müssen. Okay, die Kurve habe ich mir jetzt gemerkt. Hier gehe ich jetzt nicht zu schnell rein. Sondern quer. Ja. Schön. Okay, hier habe ich jetzt gerade versucht, mit einem Powershifting quasi on the fly den dritten Gang rein zu hämmern. Aber dafür ist das Getriebe ein bisschen zu langsam. Hat trotzdem einigermaßen funktioniert, aber vielleicht ein bisschen mehr schlecht als recht. Also wer anfangen will mit dem Driften, kauft euch eine Chevelle. Fahrt damit ein paar Runden. Und wenn ihr meint, ihr habt es ganz gut raus, dann könnt ihr anfangen, ähm... Naja, mit dem Drif bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen. Die Hinterachse verhält sich sehr, sehr angenehm. Die ersten Schritte, die ich vorschlagen würde, wären erstmal... ein steiferes Fahrwerk und ein bisschen Leichtbau. Und dann mal gucken, wie sich das Auto anfühlt. Dann vielleicht mit einem einstellbaren Drif anfangen zu experimentieren. Vielleicht mal gucken mit den Rennbremsen, die Bremskraft ein bisschen nach hinten, dass er noch mehr mit dem Heck kommt beim Anbremsen und solche Sachen. Und das Auto dann so nach und nach aufbauen. Ich denke, da kann ein richtig, richtig geiles Spaßmobil draus werden. Aber ihr habt es gesehen, Serienzustand reicht. Der reicht einfach, mehr brauchst du nicht. So, Aufzeichnung natürlich wieder speichern. Und zwar nennen wir das Ganze... Ach komm. Nennen wir es einfach nach dem, was es ist. Chevy Dip Bust-Jong. So. Okay, verlassen wir das Ganze wieder. Nächste Rennen brauchen wir nicht. Und stattdessen würde ich jetzt ganz gerne... Ich weiß, das hat sich jetzt ein bisschen verzögert. Die Rennen sind ja auch relativ lang, sage ich mal. Wenn ich die einfach auf Standardeinstellungen lasse. Aber ein Auto würde ich gerne noch nehmen. Und zwar habe ich mir gedacht... Wir hatten noch gar keinen Allrader hierbei. Und das machen wir jetzt mal. Auto finden. Da habe ich mir nämlich auch schon was ausgesucht. Ähm... Wo muss ich denn dafür hin? Hier. Genau, er hier. Lancia Delta Integrale. Ein richtig, richtig geiles Auto. So ein fieser, kleiner GTI-Killer. Und das im Hintergrund, falls es zu hören war, war gerade mein Handy. Das ignoriere ich jetzt aber gerade erst mal. Okay. Nice. 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 Ein Sticker-Bomber? Aber, ja. Bisschen tiefer gelegt mit Flügeln. Gibt das bestimmt ein gewisses Rennfeeling, denke ich mir mal. Mhm. 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 Äh. Okay. Was ist denn das jetzt? Das ist irgendwie abgeschliffen. Überarbeitet. So, gerade so entrostet, nehme ich mal, ne? Gar nicht schlecht. So, was habe ich mal mit einem F4 gemacht? Ja. Oh ja. Oh ja. Die Martini-Lackierung. Geil. Okay. Aber wir wollen heute mal Schaf im, äh... Schaf im Wolfspelz. Ja, genau. Okay. Können wir vielleicht auch irgendwann mal machen. Aber heute hätte ich gerne Wolf im Schafspelz. Also das ist alles so ein bisschen... Komm. Hier, Uni-Rot aus dem Baumarkt. Passt immer. Was... Was wollen wir mehr? Damit fällt er auch kaum auf. Gut, der Schafspelz ist jetzt ein bisschen relativ, denn ganz ehrlich, wer ein Delta-Integrale auf der Straße sieht... Der ist fast zu alt wie ich. Sachen gibt's. Ne, aber wer das Auto sieht mit den ausgestellten Kotflügeln und so weiter, der weiß schon, okay, hier geht mit Sicherheit irgendwie die Post ab. Aber, naja, man kann's ja schon so ein bisschen dezent halten. Hockenheim? Hockenheim hat vielleicht ein bisschen wenig Kurven. Da sind wir ziemlich lange am geradeaus fahren. Indianapolis? Weiß ich nicht. Ich hätte gerne irgendwas, was sich beim Fahren dynamisch anfühlt, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil grad so ein Allrader, der braucht immer so ein bisschen Schwung, den er mitnehmen kann. Das ist immer sehr hilfreich. Ähm, 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 Seebring, Seebring. Ne, eigentlich eher auch nicht. Boah, das ist jetzt schwierig. Das ist jetzt... Catalonia? Sollen wir Catalonia? Boah, ich weiß nicht. Die Kurven sind vielleicht auch ein bisschen zu lang für das Auto. Ich hätte gerne irgendwas, wo wir uns damit richtig schön austoben können. Wie sehen denn hier die Layouts aus? Das könnte man vielleicht sogar... Das sind auch schon wieder diese langen Geraden und dann die 90-Grad-Klopper. Bin ich nicht so wirklich Fan von. Entschuldigt, dass sich das jetzt hier ein bisschen in die Länge zieht. Ich bin einfach mal wieder super, super vorbereitet. Man merkt es vielleicht. Komm, wisst ihr was? Wir probieren es einfach mal. Meine Güte, in irgendwelchen Kurven wird das Auto schon quer kommen, denke ich mal. So, starten. Drei Runden Catalonia. Die Strecke kenne ich auch einigermaßen. Da wird schon irgendwas gehen. Was haben wir jetzt also an Bord? Wir haben Allrad an Bord. Wir haben Breitbau an Bord. Wir haben einen relativ kurzen Radstand an Bord. Das ist immer gut. Ähm, ein Turbomotor. Ich weiß nicht, ob da noch mehr zu sagen ist. Denn ganz ehrlich, Rennen starten. Ich denke, viel mehr braucht man nicht für eine gute Rallye-Basis. Und letzten Endes ist er das ja. Lancia Delta Integrale bin ich öfter mal gefahren in... Okay, siebeneinhalb. Wie geht er ab? Okay, so schön. So weit, so schön, so wollte ich sagen. Ja, das Auto bin ich öfter mal gefahren in Colin McRae. Im 3er war der, glaube ich, auch schon drin. Und im 05er meine ich auch. Boah, ich glaube, ich bin das Ding hauptsächlich im 3er gefahren. Boah, das ist schon lange her. Ich weiß es nicht mehr genau. So, dann gucken wir mal. Das Heck will schon so ein bisschen mit lenken. Aber wie gesagt, ich denke, die Kurven hier sind ein bisschen lang. Wir gucken mal gleich den Buckel runter, ob da ein bisschen mehr geht. Das war jetzt ein bisschen die Handbremse. Also man merkt schon, irgendwo will er. Irgendwo will er quer. Ich bin nur noch nicht so ganz sicher, wo. Vor allem, wenn ich voll aufs Gas steige, wird er wieder untersteuerlich. Der hat zu viel Kraft an der Vorderachse. Vom Gefühl her könnte das eine 50-50... Ne, vom Gefühl her könnte das eine 50-50-Verteilung sein. Ah, da kam er jetzt ein bisschen. Okay, solche Spitzkehren-Marke. Da wäre vielleicht, ähm... Hier ist Marina gar nicht schlecht gewesen. Oder zu Kuba. Aber zu Kuba gibt es ja nicht mehr. Seit Forza 4 schon nicht mehr. Warum gibt es zu Kuba nicht mehr? Ja, das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstehe. Ich habe zu Kuba geliebt. Zu Kuba war ein Virus drin. Zu Kuba war in den freien Driftsachen drin, die ich oft gefahren bin. Und überhaupt viele, viele YouTuber habe ich damals auch angesehen. Das war, bevor ich, äh, mit YouTube angefangen habe. Da habe ich viele YouTuber gesehen, die dort unterwegs waren. Ach ja, und Keiichi Tsuchiya war auch oft dort unterwegs in seinen Videos. Hier, Hot Version, Best Motoring International. Also warum ist das nicht drin? Was, was soll das? Ach, komm schon rum jetzt hier. Okay, also das hier ist, glaube ich, die falsche Strecke für das Auto. Es ist ein gutes Auto, es ist ein schnelles Auto. Aber das Fahrwerk ist relativ untersteuerlich unterwegs. Und wenn ich Vollgas gebe, dann drehen auch eher die Vollräder durch als die Hinterräder. Was eher suboptimal ist. So ein bisschen schmeißen kann man ihn aber. So, komm, hier nochmal ein bisschen Handbremse. Ja. Also ein bisschen was geht auf jeden Fall. Und ich werde die nächsten beiden Runden nutzen, um mal zu sehen, ob ich das vielleicht noch ein kleines bisschen maximieren kann. Würde ich mich freuen. Sie haben geschlagen. Wie das denn? Ach ja, ich war in der Klasse wahrscheinlich einfach noch nicht hier auf der Strecke unterwegs. Das wird's wahrscheinlich sein. Shotgun-Rabbi. Okay. Auch ein geiler Name. Irgendwie. Ich weiß nicht warum. Vielleicht fällt einem von euch was ein. Aber irgendwie finde ich das lustig. So, komm. Mensch. Ja, das ist halt das Problem. Also ihr seht, man kann das Auto so ein bisschen dazu zwingen. Aber das hier ist so ein Beispiel für ein Auto, das sich eher wehrt. Es will einfach nicht. Es kann, aber es will nicht. Ich versuche mal hier ein bisschen anzuschleudern jetzt. Zweiter Gang. Komm, hier. So. Ja. Ja, nein. Och, Mensch. Jetzt ziel dich doch nicht so. Versuche ich hier jetzt mal mit. Ups. Das war ein bisschen Gras. Ah, einigermaßen. Es wird sehr langsam dabei. Es wird einfach sehr langsam. Wir haben zu viel Grip an Bord, glaube ich. Unglaublich, dass ich sowas mal sagen würde. Wir haben zu viel Grip an Bord. Wir haben zu viel Grip an Bord, aber nicht genug für meine Fahrweise. Eine ziemlich mächtige Aussage über meine Fahrweise, nicht wahr? Hier probieren wir es nochmal. Na, na. Also kurz anschleudern ist auf jeden Fall drin. Das funktioniert, dass, ähm, ich glaube, wenn man den Motor ordentlich aufbauen würde. Irgendwie vielleicht ein bisschen Nockenwelle, aber vor allem, ähm, Dings hier. Motorblock und Turbolader, dass er einfach mehr Moment von unten rausbekommt. Und dann vielleicht noch Renndifferenzial rein und das ein Stück weit nach hinten verlagern. Und dann hätten wir hier echt die, wie soll ich sagen, die volle Lutsche. Dann hätten wir alles, was das Auto braucht. Obwohl ich glaube, dass das Diff allein ein bisschen mehr Bremskraft an der Hinterachse und vielleicht hinten ein stärkerer Stabilisator. So, ich denke, damit könnte das auch schon hinderungen. Dass man am Motor gar nicht erst was machen muss. Ich denke, das könnte schon reichen. Müsste man mal ausprobieren. Ähm, ich habe gerade überlegt, soll ich jemanden 360 versuchen? Aber wenn wir in die Wand einschlagen, ist rum, ne? Das möchte ich auch nicht. Wir probieren es gleich am Ende dieser Runde hier. So, komm. Jo. Komm, dritte war zu groß. Hier wieder ein bisschen Handbremse. Es wehrt sich einfach. Wir bräuchten hier einen sehr dynamischen Kurs mit... ...mit etwas engeren und vor allem kürzeren Kurven. Ich überlege die ganze Zeit. Vielleicht ein Rio-Abschnitt. Vielleicht... Ich weiß auch nicht. ...Bethurst vielleicht. Das könnte sogar gehen. Hier nochmal. Nein, nein. Das war nichts. War aber meine Schuld. Ich habe zu früh gegengelenkt. Ich habe mich irgendwie nicht richtig getraut. Ja, das war jetzt ein schöner Verlagerungs- und Bremsdrift. Aber auch der funktioniert wieder nur sehr, sehr kurz bei diesem Auto. Aber auf der anderen Seite denke ich, das ist eine gute Basis für schnelle Rundenzeiten. Wenn man es nicht die ganze Zeit darauf anlegt zu driften, sondern wirklich sauber fährt... ...dann könnte dieses Auto hier sehr, sehr gute Zeiten abliefern. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Klasse das ist, aber auf derselben Klasse maximieren. Viel mehr Grip braucht das Ding nicht. Vielleicht ein bisschen mehr Leistung. Tieferes Fahrwerk rein. Und dann gib ihm. Einfach bis der Index halt... ...maximiert ist. So, komm schon. Na. Zweite. Komm. Komm. Er will einfach nicht. So. Hier habe ich ihn jetzt gut angeschleudert. Das geht. Hier. Jo. Jo. Ah, komm. 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 Da geht noch was. Ja. Ah, das war doch schön. Das war doch ein schöner Abschluss, oder? Kann man das so stehen lassen? Ich denke, das kann man so stehen lassen. Okay, und jetzt den 360. Probieren wir es. Hm, ging doch. Okay, jetzt freue ich mich. Jetzt bin ich glücklich. 2,28 ist natürlich relativ langsam, aber wir haben es ja auch nicht auf eine Rundenzeit angelegt. Außerdem sind wir mit dem Auto unterwegs mit relativ wenig Index. Und relativ viel Sturz, wenn ich mir das hier links auf dem Bild so ansehe. Aber gut, gegen viel Sturz ist nichts einzuwenden. Es darf nur nicht zu viel sein. Sonst wird der Reifen nicht mehr vollständig belastet. Und das wollen wir nicht. So. Aufzeichnung speichern. Ich denke dran. Ich denke dran. Ich freue mich gerade, dass ich es nicht vergesse. D-E... Nein, nicht D-E-Punkt. Wenn, dann Punkt D-E-D-E-L wollte ich. D-E-L-T-A. Buchstabieren lernen mit Kerge. Ach schön. Gut, haben wir das. Dann würde ich sagen... Das geht jetzt schon lang genug, diese Folge. Ich habe meine drei Autos durchgekloppt, die ich zeigen wollte. Inklusive des vorgeschlagenen Autos. Danke nochmal für den Vorschlag. Das... Also das Ding, das war ein Volltreffer. Das hat richtig Laune gemacht. Und der Lancia hier... Ja, ist halt ein Lancia, ne? Ich meine, der ist auf Rallye aufgebaut. Der ist auf Geschwindigkeit aufgebaut. Es ist... Es ist ein GTI-Killer. Und es ist nicht unbedingt ein Drifter. Außer vielleicht, man hätte eine etwas bessere Strecke gewählt. Aber das... Ist ein Thema für ein andermal. Gut, alles klar. Dann würde ich sagen, ich hoffe, ich habe dich ein bisschen unterhalten können. Vielleicht sogar irgendwie... So ein klitzekleines bisschen was vermitteln können. Von meinem kleinen bisschen Wissen. Und ansonsten würde ich mich freuen. Ich hasse es da, drauf hinzuweisen. Aber andererseits... Warum eigentlich nicht? Ich meine, YouTuber leben davon, nicht wahr? Also Abo würde ich mich darüber freuen. Daumen würde ich mich darüber freuen. Weitere Auto-Vorschläge würde ich mich sehr darüber freuen. Also wirklich. Und ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. So. Und das nehme ich jetzt auch als Schlusswort. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Kerge. Euer Kerge.